halloa hier ist wieder freddy krüger 91527 weihnachtszeit 2012 folge 14 ja es ist endlich wochenende es ist gleich 13 uhr und ich habe bis jetzt noch nicht geschlafen wochenende das freut mich so sehr ich hätte natürlich auch da fällt mir das ein genau ich wollte ja eigentlich noch warten mit der aufnahme damit die sprechblase von meinem computer mir nicht dazwischen süßt doch dann habe ich es vergessen wie ihr eben gehört habt ja wird er jetzt wohl mal seinen akku aufladen und ich werde meinen weihnachtskalender als erstes einen schönen blick auf meinen weihnachtskalender hat denn nur 714 sein äh ah da heute gibt es wirklich wieder blut also richtig viel blut ja das ist nicht nur der arm sondern auch das gesicht bis zum hals wenn der ganze kopf ist ab also ich würde sagen dieser knirps ist eindeutig wie rüber gut hey da ist schon wieder pädobär das sieht auch aus wie eine matroschka äh du fick dahinter befindet sich ein paket in dem ein elchhörnchen ist ich schätze mal in diesem geschenk waren vorher nüsse gewesen dieses dämliche Viech hat alle nüsse aufgefressen aber es ist schlafen und ist eng gesperrt wenn wir den leichnach ach so das ist dumm alles gut toll seitdem da die neuen batterien drin sind will diese kamera überhaupt gar nicht mehr ausgehen da muss ich echt mühe geben um sie auszuschalten so hey genau ich will gleich mal meinen kaputten finger sehen da ist der er ist total kaputt da fehlt voll die kuppe rum so jetzt könnt ihr meinen pädobär sehen den ich auch gerade gekriegt habe so deswegen sieht der so scheiße aus der macht sackhüpfen irgendwie und der hat lauter spielzeug an seinem sack tja sehr clever von ihm wenn die Kinder in das spielzeug wollen dann müssen sie da unten hin fassen alte sau so ja ja massiv ein massiver per wrestling durch und durch ... hhh h-h-h-h mhm h-h-h-h-h h-h Jahre ... h-h-h-h-h-h f-h-h-h-h-h-h ... h-h-h cond h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-hwoman Erledigt! Ja, das war's eigentlich schon. Ich hab voll den Ohrwurm irgendwie jetzt von Weihnachtsschimpfen von Knorkator. Echt lustiges Lied irgendwie. Ich werd das jetzt lieber nicht singen. Nein, werd ich nicht.